2M hoch 2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Benvenuti ad un nuovo appuntamento con 2M al Quadrato Siamo ad Ortisei, in Val Gardena, ospiti dell'atelier di Pepi Riffeser Siamo venuti a vedere il risultato di alcune settimane di duro lavoro Willkommen bei 2M hoch 2, wir sind heute wieder zurück in Grötnertal bei Pepi Riffeser Er hat einige Wochen jetzt an der Madonna gearbeitet und wir sehen ein faszinierendes Ergebnis von einem 92-jährigen Bildschnitzer Questa è una delle opere tipiche di Pepi Riffeser che lo ha reso famoso nel mondo, tanto da farlo conoscere come il Michelangelo degli Scultori Und das was wir sehen, zu Recht, nennt man ihn in den Fachkreisen, den Michelangelo, der Bildschnitzer Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2 Bis zum nächsten Mal 2M hoch 2 2M hoch 2 Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2 Präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst Unsere Welt, unser Bier